Kennt ihr eigentlich Bonehiders schon? Seit Sims 1 gibt es Bonehider im Sims-Universum, mit Ausnahme von Sims 2, deswegen auch immer. Und seit jeher kann sie euch im Haushalt helfen und ist kostenlos. In Sims 4 könnt ihr sie heraufbeschören mit diesem Tisch. Dafür benötigt ihr paranormale Phänomene, ein Accessoireset, was meiner Meinung nach sowieso sehr unterschätzt wird. Und dann kann sie euch kostenlos im Haushalt helfen. Ihr könnt sogar mit ihr eine Beziehung eingehen. Wenn die gute Dame duschen geht, seht ihr auch ihr wahres Ich, beziehungsweise ihr menschliches Ich. Und sie ist schon eine cute Maus, oder? Übrigens, das ist kein random NPC, das bedeutet, dass sie bei jedem gleich aussieht. Ich finde Bonehider wird komplett unterschätzt und auch zu wenig genutzt. Ruft sie auf jeden Fall, wenn ihr paranormale Phänomene habt. Sie ist es wirklich wert und ist eine sehr, sehr cute Maus. Ruft sie auf jeden Fall. Und dann will ich auch dieute Idee. çar